Bevor die Silvesterpartys losgehen, egal ob im kleinen Freundes- oder Familienkreis oder auch im etwas größeren Kreis, weil gewisse Regeln bestätigt werden können. Und bevor die Sektkorken knallen und die Wunderkerzen oder auch noch andere kleine Knallkörper in die Luft gehen, um das Jahr 2022 zu begrüßen, möchte ich die Gelegenheit nutzen und all den Kontakten bei Social Media ganz herzlich danken. Für ihr Dasein, für die Unterstützung, für die Ermutigung, für die Inspiration und das entgegengebrachte Vertrauen in diesem verrückten, gerade zu Ende gehenden Jahr 2021. Und so wünsche ich allen und jedem, dass das Jahr 2022 ein gutes werden möge, wo die Regeln etwas erträglicher sind und wo wir voller Freude und Zuversicht und Optimismus unserer Wege gehen können, egal was auch passiert. Ich denke, das Wichtigste ist eine innere Gelassenheit und der Optimismus, dass alles so wie es ist, seinen Sinn hat und uns allen schlussendlich dienlich ist. In diesem Sinne, rutsch gut rein ins Jahr 2022 und dann sehen wir uns wieder. Tschüss dann!